Mein Name ist Hanna Prozessny, ich bin 15 Jahre alt, meine Position ist Mittelfeld. Meine bisherigen Vereine waren der TSF Ditzing und TSV Korntal. Mein Vorbild ist Cristiano Ronaldo und meine persönlichen Ziele sind, mal in der Bundesliga zu spielen und die Ziele der Mannschaft sind, unter die Top 3 zu kommen.